Hi Leute, der Spoon hier. Bevor das Video startet, will ich noch kurz was dazu sagen. Das ist das Ballturnier. Es ist theoretisch das größte deutsch organisierte Turnier für Allstars kann man sagen. Also es treffen sich YouTuber und Twitcher alle zusammen gegeneinander und der Beste, der gewinnt, erhält Ruhm und Ehre. Und ja, schaut euch das Ganze an. Hier die Perspektive eines Ballgewinners. Man muss dazu sagen, alle sind mega aufgeregt, vor allen Dingen ich auch. Und nach der ersten Runde, wie ihr gleich sehen werdet, war ich schon ziemlich deprimiert und hatte die Hoffnung aufgegeben. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das noch holen, das Ding. Ansonsten noch ein Hinweis, ich habe die langweiligen Lootphasen einmal rausgeschnitten. Die interessieren ja sowieso nicht wirklich. Am Ende geht es nur um die Kämpfe und die sind meistens immer im Finale gewesen. Also da, keine Sorge, dass ihr irgendwas verpasst. Zudem noch ein Hinweis, wenn ihr neu seid, schaut doch mal auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Ich streame fast täglich PUBG, ab und zu auch ein bisschen Virtual Reality, meistens am Sonntagabend. Also wen das interessiert, der kann da auch gerne mal reinschauen. So, das wäre es dann. Jetzt viel Spaß mit dem Video. Die sind auch irgendwo oben am Berg gewesen, aber ich weiß nicht genau, wo. Weißt du, ich müsste hier weg, ein bisschen nach vorne. Der war aber auch instant, also. Oh, Whitey's down. Oh ja, ich sehe jemanden, 265 am Strand. Oh, wird abgeschossen. Ich bin hier aber safe. Oh nein, nein, ich stacke. Nein. Ich stacke. Kann ich dich da holen? Nee. Du bug, ehrlich nicht? Nee. Hier ist einfach irgendwie, irgendein Loch ist hier. Hier ist einfach ein Todesloch. Und ich weiß nicht, wie ich hier hochkomme. Ich sehe nichts mehr. Und du klemmst immer noch da. Oh mein Gott, wenn der... Ich werde beschossen. Oh, nice. Brandon, wieder mal ein nices Game gemacht hier. Oh, wir werden von... Ich bin noch in der Zone. Ja, aber hier sind Leute, die auch nicht schießen. Ach, Brandon, ey. Du machst schon mal nice Games. Ich freue mich schon auf sein Nächstes. Ich will gleich eine Nate so bestimmt rechts lang rollen und mich dann doch noch hitten oder so ein Scheiß. Ich bin wieder drin, Spoon. Ja, eben, habe ich ja gesagt. Deswegen warte einfach. Heute ist das Game echt für... Wenn Leute hier lang kommen. Ich könnte halt immer noch von hinten oben abgeschossen, wenn ich Pech habe. Oh, jetzt war es vor mir. Na, da komme ich pushen. Ach, echt? Nice. In dem Moment, wo ich den nocke, werde ich schon gekillt, ey. Ja, je mehr Zone-Rand wir abfahren, desto gefährlicher ist es theoretisch. Weil irgendwann ist da einer, ne? Ja, naja, ich fahre jetzt hier und halt hier an. So. Nice. Okay, ich glaube, ich werde mich hier mal voll heilen. Sind die Häuser hier vorne drin? Oh, scheiße. Die sind drin, ja. Aber es geht gleich weiter, deswegen... Wir sind aber halt am richtigen Ende, also. Passt, passt, passt. Aha. Da vorne sind Schüsse. Aha. Benji ist das. Hat einen Lachsen gedaunt. Und rechts ist auch noch einer. Ich habe keinen Vierer. Hier vorne liegt Sprit. Ja. Rechts sind die anderen, ne? Ja. Puschen wir die Linken an er. Ich muss mich aber heilen. Wir sind hier nicht in der Zone. Ich weiß. Aber falls sie jetzt halt da sind. Aber mein Charakter kann nicht hochlaufen wieder. Ich hoffe, sie sich rechts jetzt gleich nicht sehen, ey. Vielleicht können wir die abballern sogar. Die müssen ja hier sein. Ja, ich sehe die. Die sind bei der Halle hier vorne. Halle. Hast du Schussfeld drauf? Ne, noch nicht. Aber ich gehe erstmal in die Zone. Nehme hier eine gute Deckung. Ja, ich sehe die. Ich sehe die schon. An dem Van, der hier unten ist. Ich weiß nicht, ob du uns gesehen hast. Oh, schießt auf mich. Ich bin down. Oh, schon? Fuck. Oh, der hat einen Headshot kassiert. Oh shit. Hinter uns auch noch. Hinter uns auch. Oh nein. Wir sind richtig scheiße rein. Oh Gott. Oh Gott. Hinter uns sind auch noch welche. Puschen die hinter uns? Ich sehe die hinter uns leider nicht. Ich auch nicht. Ich habe die nicht gesehen. Kann sein, dass da noch immer ein Berg ist oder so. Kann ich dich holen oder eher nicht? Was denkst du? Ich bin offen. Ich weiß nicht, wo die hinten sind. Ja, ich hole dich mal. Bis jetzt hat er noch. Er hat noch nicht gepiekt, ne? Von da oben kamen auf jeden Fall Schüsse. Vielleicht hat er kassiert. Oh, ich sehe ihn. Ich sehe ihn, oder? Ne. Ist nur Anti-Aliasing. Da waren keine Schüsse mehr. Wegen. Die nächste Zone ist ein bisschen weiter. Lass schon laufen einfach. Na ja, hier vor mir. Zwei Leute. Zehn. Nein, ich habe ihn gesehen. Zehn. Die haben gute Deckung. Also rennen weg. Nein, meine Waffe ist leer. Meine Waffe ist leer. Das Extended Mac hätte jetzt echt gefehlt, Alter. 25 Sekunden noch. Ich weiß nicht, ob wir in die Zone dann kommen. Ich weiß auch nicht. Aber die haben bestimmt Heilung, denke ich mal. Nice, du hast sie zerstört. Nice, nice. Oh, meine Waffe war gerade leer, Mann. Ey, das Extended Mac, Alter. Oh, Gott. Hätte ich so gebraucht. Und das ohne Cover. Das stimmt, ja. Also die hatten echt gute Cover. Deswegen meine ich, rennen einfach weg. Das sind ja nicht viel, Mann. Ne, okay. Ich konnte nicht mal mehr sein Ding inslooten, ob der einen Mac hat oder so einen Viererscope. Die Zone ist nicht schnell. Der hatte keinen Vierer, ne. Der hat einen Zweier, also. Extended SR hatte der. Ja, ich habe keine SR. Oh, ich laufe lieber mit Waffe. Wir sind schnell genug. Hast du First Aid noch zufällig? Äh, zwei. Ja, ich habe gar keins. Und kein Booster. Ich glaube, wir lassen uns vielleicht erst rein, oder? Muss ich jetzt so stehen bleiben und rechts fliegt. Wir müssen, ja, die Spieler sind rechts von uns. 105. Habe ich die über den Berg laufen sehen. Der Berg hat 105. Lass mal lieber weiter links rein, oder? Oh, ich habe schossen. Ja. Ich sehe die nicht. Sie schießen schon auf mich jetzt gerade. Na, ich habe hier leider wenig Deckung. Wir müssen uns aufsplitten. Ich bin tot, weil ich habe keine Deckung. Die ist oben gut, aber hier nicht. Ne, ne. Ich habe hier oben nichts. Die sind gerade Feuer auf mich. Ich hoffe, ich habe hier oben geschossen, aber ich sehe die auch nicht. Ich sehe die gar nicht, ne? Er hat daneben geschossen. Er hat daneben geschossen. Ich hatte Glück. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Der pusht rechts hoch auf den Hügel, der vor dir ist. Ne, er ist immer noch da. Ich habe jetzt Deckung. Ich kann hier Feuer geben. Ich bin auch in der Zone. Er ist nicht drin. Er ist nicht drin. Ich gucke, wo er flankiert. Ja, er ist ganz oben auf dem Hügel. Ganz oben. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Alter, Linger. Ich gucke nochmal, ob die Dingens haben. Nice. Bist du dir sicher? Ja, ja. Nice. Ja, der hat Mädchen. Ich muss ja nichts machen. 15 First Aid, 15. 15, okay. Sehr gut, sehr gut. Ich kann die nicht nehmen. Okay, warte, dann komme ich die holen. Soll ich holen? Oder nicht? Ja, 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 ja. Ich habe die doch, ich habe die. Du hast sie? Sehr gut. Ja, der hat den Dreierrucksack noch. Hast du Boosts noch mitnehmen können? Äh, hier. Ja, ich habe 20 Boosts jetzt. Du droffst mir drei First Aid und du sagst, der hat 15. 15 Boosts. Ach so, Boosts. Ah, okay, ja, Boosts. Äh, hier. Ich glaube, das reicht. Ja, das reicht. Nice, nice, nice. Und wir haben die Zone auch vor uns. Mhm. Vira hatte der, ah. Die Zone ist nicht schnell. Ich muss das Vira holen. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist wichtig, Mann. Vira ist wichtig. Ja, hab. Okay, ich habe jetzt keine Bandagen mehr, aber das glaube ich mal nicht so viel. Hast du noch Bandagen irgendwie? Nee, nee. Äh, doch. 17 Stück. Äh, kannst du mir nochmal so viel geben? Ja, hier. Ja. Ah, unsere Deckung hier, ne? Aber die ganze Zeit ohne Deckung. Können wir irgendwo chillen, ey? Nee. Hier unten ist der Fuckboy. Ja? Die könnten wir nehmen. Okay. Sieht, äh, leer aus zumindestens. Ich werfe trotzdem den Nate rein erstmal. Aber ich habe schon von oben so mit dem Vira reingeguckt. Rechts von uns steht ein Buggy. Oh, jo. Ich weiß nicht, ob wir uns den Fuckboy nehmen sollten, aber... Hier ist der... Ey, hier ist ein Drop bei uns. Ich hole mir den. Oh, lol. Ja, nice. Okay, okay. Ich habe Deckung. Oh, ich habe Angst. Ich habe selber keine Deckung. Hier sind zwei Drops sogar. Ich bleibe unten am besten. Äh, Spieler? 175? Zieht auf dich. Zieht auf dich. Ja. Hat zwei Hits. Zwei Hits. M24, ich nehme die. Nice. Aber nur 15 Schuss. Ja, okay. Ich gucke mal. Ne, ich habe keine Siebener. Er hat zwei Hits bekommen von mir. Ja, er läuft hinten... Er läuft ein bisschen weiter links. Ja, der ist hinter dem Baum. Ich glaube, ich habe nur eine einzelne Person. Hat einen Hit von mir? M24-Hit? Ach, ich kriege keine Vision auf den leider. Und leider nicht auf seinen Head-Aim, weil ich den nicht richtig gesehen habe. Ah, jetzt. Er läuft vor. Er ist irgendwo vorgelaufen. Oder? Zu mir hier? Ne, ne, ne. Der ist schon... Ja, wenn, wenn, dann links. Ne, er ist noch am Hügel. Ah, da. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn, ja. Sind zwei. Die wissen nicht, von wo. Hab einen noch. Sehr gut. Das ist der, der uns vorhin gekillt hat. Ja, echt noch. Ne, oder? Nice. Rache! Nice, nice, nice. Da ist noch sein Mate. Da ist noch sein Mate. Ja, ich weiß. Aber ich sehe ihn nicht, leider. Ja, auch nicht. Rache ist mein, du Tier. Schießt mit SKS irgendwo. Ja, schau gedämpft. Die Fuckboy ist dann immer noch hier drin. Ja, können wir machen. Ja, dann lass den Fuckboy gehen und wir fangen ihn ab. Wie, also... Ja, hä? Was denn? Ich wäre jetzt fast gepusht. Geh schon mal Fuckboy, geh schon mal Fuckboy. Dass, falls ich sterbe, dass du da safe bist. Nein! What the fuck? Entweder machen... Wir machen Dinge zusammen. Ja, aber... Ich sehe ihn so ein bisschen. Der Smoked jetzt gerade. Ist der in der Smoked? Ne, der ist so an einem Hügel. So da ist er. Ja, hat einen Headshot. Hat einen Headshot. Ist tot. Nice! Ist tot. Sehr gut. Schön, sehr gut. Sehr gut. Ich habe auch einen Kill, Wingard. Nice, nice. Hier unten kommen, glaube ich, welche. Und Schüsse Richtung Norden habe ich auch gehört. Wenn die Zone ran ist, können wir vielleicht noch, wenn wir Glück haben, hinter die Frage vorgehen. Ja, hier unten wird die ganze Zeit rumgeballert. Da hat eine Mikro-Uzi noch. Pass auf, wir sind sehr offen. Ja, offen, fehlt, offen, fehlt. Zone-Surfer gleich, pass auf. Hier kommt gleich irgendein Zone-Surfer. Marco. Ich habe mal einen Nate geworfen. Ich weiß nicht, ob der hier irgendwie close ist oder so. Der eine unten wurde gekillt. Da sind noch welche. Ja, beim... Der ist tot. Da oben, beim... Dings, Bums. Wie heißt? Traktor, ja, Traktor. Hat sich hingelegt. Oh, open field. Close oder was? Ja, habe schon, habe schon. Zone-Surfer hier oben. Ja, was? Oder der hat doch geschossen, oder war das der? Nee, nee, ich habe einen gekillt. Und ein Traktor noch. Traktor. Ich gucke, ob die Zone-Surfer kommen, Spoon. Ich glaube, das ist wichtig, wenn wir... Ja. Wir stehen da so offen, wenn wir auf die Aims, Mann. Und schalten. Diehst du drauf, ich gucke, ob die kommen. Ja, ich gucke auf den Traktor-Typen. Ist einer Traktor. Ich sehe eine Laich? Ach, das war der denn. Es muss noch ein Zweierteam dann sein, wahrscheinlich. Ich sehe die. Einer 40. 40. Bergab läuft der. Schießt auf mich. Ist der von 40? Ja, 40, ja. Wir müssen auf den Traktor-Typen aufpassen. Traktor hat einen Hit. Die sind da so beim Berg. Wir haben leider wenig Deckung. Wir können uns hinlegen. Wir können uns hinlegen. Dann treffen die uns nicht. Ja, wir sind aber nicht drin. Naja. Wir haben noch 18 Sekunden. Vielleicht kann der Traktor-Typ was machen für uns. Ich nehme mal kurz meine Adrenalinspritze. Die sind schon runtergepusht, glaube ich. So, wir müssen jetzt gleich. Läuft. Open field. Wir sind dann im Heubein. Ich habe gesehen, ja. Wir haben die wenigste Deckung von allen. Ja, ich werde beschissen. Hier unten ist ein Stein. Ich muss da rankommen. Mann! Scheiß Granaten. Nimm die richtige. So, jetzt. Ich sehe einen am Baum. Ich sehe einen am Baum. Es lockt. Den Grad. Den Grad am Baum. Knockt. Ja. Ist aber sterben an der Zone. Ne, dann. Wohl den Kill. Hab ihn, hab ihn. Das war Bierbank, oder? Ne, Nexus. Nein, nein, Nexus. Ah, einer ist auf dem Field. Letzter, letzter, letzter. Letzter, letzter. All in here. Ich grüße ein Quantum Pro. Nein, keine Ahnung. Sag mal lieber. Der liegt da. Ich grüße ein Quantum Pro. Den soll ich nämlich grüßen, wenn ich den Sieg hole. Nice, nice. BÄM! Danke fürs Carrying, Vanguard. Danke schön, sehr gut. Ich carry immer gerne. Spoon, ich hab dir doch versprochen, dass ich carry. Hab ich dir das nicht versprochen, dass ich dich noch carry? Aber das war halt so minimal gesehen. Ich weiß nicht, entweder war es ein Effekt oder 10 Sekunden. Boah, was? Aber gut, es zieht halt wenig, ne? Äh, Spoon? Ja? Willst du die ganze Heilung haben einfach und wir heilen uns ein paar Plätze hoch? Boah, vielleicht können wir das überleben zu zweit. Ne, das überleben wir schon. Die nächste Zone ist. Rechts von uns Spieler. Rechts von uns Spieler. Südwesten. Südwesten. Siehst du die? Los, los oder nicht? Ne, ne, open field schon. In der Zone? Äh, außerhalb der Zone, glaube ich. Zone ist nicht so schnell, schaffen wir easy, easy, easy. Wir laufen theoretisch genau in die Reihen jetzt gerade. Echt? Ähm, wenn die so weiterlaufen, wie ich die gerade gesehen habe, ja. Aber die sind außerhalb, ne? Meinst du? Ich schieße mal hier. Ja, die sind da ganz hinten, ähm, Osten, Osten am Wald. Ja, ich sehe die. Hast du einen Vierer? Ja, ich habe einen Vierer, aber die Zone. Ja, lass erst mal laufen. Ja. Vorsicht rechts von uns, ne? Wegen den Leuten, die da vielleicht laufen. Die laufen auch schon in die Zone. Whitey Downer. Theoretisch. Theoretisch. Hm, wenn du es richtig timest, könnte man sich erst mal so anfangen, gegen das bisschen Gegenhallen, ne? Also die Zone jetzt tickt dann, glaube ich, mehr. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall ein Haus. Sollen wir in das Haus, in das Haus hier vorne? Ja. Das ist 100 pro besetzt, aber ist egal. Ja, ich denke ich mal. Äh, oben läuft einer am Berg. Sehe ich, sehe ich. Wir können uns auch in irgendeinen Busch setzen. Wir müssen nicht in das Haus, also. Können wir auch, wir können aber auch ins Haus. Ja, dann lass ins Haus. Ich glaube, weil jetzt ist die Zone, die lange dauert. Vielleicht ist ja auch noch keiner drin, weil die ganzen Leute das nicht raffen, ne? Mhm. Und ich hab ne Saiga. Den Typen oben sehe ich. Ja, der ist, der guckt schon so ein bisschen in unsere Richtung. Hörst du was? Steps oder so? Ich werde beschossen. Von hinten, ja. Leer. Ich guck mal nach oben. Also hier kommen jetzt zwei Spinner drin. Ja. Extended Quickdraw, nice. Die Zone movt ja dann gleich weiter, oder? Ah ne, 10 Sekunden haben wir dann Zeit. Oben sehe ich ein Spieler. Oh, die. Okay, der hat auf jeden Fall ein paar Hits. Der ist am Stein. Ähm, 8 Sekunden. 8 Sekunden. Ja. Hat auf jeden Fall gut kassiert, der Typ. Ich auch. Alter, er nockt. Sehr gut, sehr gut. Der schiebt auf jeden Fall in der Zone. Sicher? Ja. Das ist der, der Whitey gekillt hat. Wieso stirbt der eine Zone? Der ist noch am Stein, einer. Einer ist noch am Stein. Ja, ja. Du läufst schon weiter ohne mich gerade. Ja, ja, die Zone kommt. Ja, aber die zieht nicht viel. Und die ist mega langsam. Wo? Ist der tot? Weiß ich nicht. Der ist tot. Hier ist da noch einer. Ich schieße noch. Der ist noch rechts beschossen. Er hat nicht getroffen. Ah ja, er läuft, er läuft. Ich sehe ihn ganz weit hinten. Ich habe einen ausgenockt. Das Fallballer, nein. Oh, Fallballer, sorry. Get wrecked. Sorry, get wrecked. Dann ist, er ist doch eine gute. Da muss noch einer sein. Sie war nur ausgenockt. Was ist denn, ihr mate? Hier können übrigens noch so viele Leute von hinten kommen, ne? Theoretisch. Ja, da kommen noch welche. Zwei Leute, 280. Ja, 280 auf dem Feld. Einen ausgenockt. Nice, Mann. Deine liegt, deine liegt, deine liegt. Ich werde nicht, geht es. Hab ihn, hab beide, hab beide. Ich werde von ihm, wo geht es. Ich weiß nicht, von wo. War der das? Ja, nee, weiß ich nicht. Nee, nee, der nicht. Muss jemand anderes gewesen sein. Von Südosten oder so. Auf dem Feld sind beide tot. Die habe ich. Nice. Dein Firascoop rockt. Ja, ne? Das ist mega. Links hinter uns, hinter uns. Hier ist noch was hinten. Zone Osten 85, ja. Der ist tot aber. Da kommen aber noch welche, glaube ich. Ja, da schießt noch wer. Lass sie erst mal in dem Baum bleiben. Wir sind noch in der Zone. Die Zone movt mega langsam. Mhm. Und die tickt jetzt richtig hart. Die werden richtig sterben. Ja? Ja, ja, die tickt jetzt hart. Ich glaube, jetzt tickt die direkt auf sieben oder so, anstatt nur vier. Also, wer jetzt draußen ist. Oh, die haben die Häuser da, ne? Das ist böse. Häuser sind echt böse. Wer jetzt draußen ist, hat ein Problem. Jetzt, wenn, wenn, wenn die draußen sind, wenn die sterben. Marco lebt noch. Wenn du willst, kannst du dich rächen. Wenn du mir sagst, wo er ist. Oh, guck mal, wie die alle sterben. Zone, Zone. Ja, 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 ja. Krass, Mann. Okay, dann müsste Zone jetzt clear sein, ja. Wir haben Zeit, aber... Ey, der Modus ist eigentlich ganz nice, finde ich. Äh, ich könnte hier in den Baum gehen und bin drin. Okay. Ich darf da nur nix von hinten pflastern. Oh, oben ist was? Äh, 120, Spoon. 120? 120 am Baum. Sehe ich nicht. Hat ein, zwei Hits. Sehe ich nicht. Äh, da ist ein Stein, da ist ein Stein. Kann ich nicht sehen. Bäume sind bei mir davor. Ah, der ist gesprungen wie eine junge Gazelle. Ja. Kann ich nix machen. Kann ich auch nix machen. Der ist jetzt noch 130. Ich hab hier die rechte Seite von uns erst mal. Guck mal an den Baum, 130. Siehst du, wenn ich ihn schieße? Kann ich nicht sehen. Bei mir ist genau da ein Baum davor. Guck, wo ich stehe, guck, wo der... Ja, gut, okay. Der kann mich halt abschießen. Ich kann nicht in Deckung gehen. Oh, Fenster, Fenster, Dreierfenster. Hat einer geguckt. Oh, der hat zwei Hits von mir. Ja, ich... Bau nicht gegeben, aber bringt nix. Es sind auch sechs am Leben. Was? Es lebt Marco noch. Denk mir immer noch an 125, Spoon. Ja. Der kann mich nicht abschießen, theoretisch. Ich sehe ihn auch nicht. Ist da einer? Nee, das ist ein Schatten. 40 Sekunden noch. Bist du noch nicht drin? Spoon, neben hier ist ein Stein. Da kannst du dran. Ja, ja, nee, nee, passt schon, passt schon. Ich will hier die Ecke erstmal halten. Die Zone kommt langsam, also. Marco hat eine Vektor-Schalke. Ja, ich habe es gehört. Oh, fuck, Alter. Wie viele Kills hast du schon? Naja, einen erst. Ich habe drei. Die Vektor wird halt ein bisschen scheiße, ey. Der darf keinen Blumenkohl mit Milch, den er heute bekommen. Der ist nämlich sonst vor uns. Ich move schon mal rein jetzt. Einer ist immer noch 130, ne? Gibt es hier Granaten? Nee, ne? Nee, ich habe keine. Okay, ich habe auch keine. Von mir aus genau 125, so ein hinterer Baum. Oh, ich nochmal die Saiga benutze heute. Okay, der müsste jetzt gleich vorkommen von 130. Ich sehe es halt nicht. Ich kann dann... Äh, da ist noch einer. 160 Spieler. Hat schon einen Hit bekommen. 160. Der ist low. Hast du ihn? Ist tot, ist tot, ja. Sehr gut. Okay, Marco lebt noch. Unten ein anderer. Einer war noch 130. Ist der tot? Der ist tot. Der, weiß ich nicht. Ja, da kommt keiner. Marco, wir kommen dich holen. Ja, rechts von mir. Slow, slow, slow. Wo genau, wo genau? Ich sehe dich. Ey, bei dem Haus, bei dem kleinen Haus da. Kannst du dich sehen. Marco hat halt ne Victor. Wir dürfen nicht in den fucking Nacken gehen. Der ist einer im roten Haus. Ja. Ja. Komm, Zone, Zone. Ja, komm. Schnell in die Zone. Ich renne schon mal rüber. Ja. Ich gebe dir Rückendeckung. Bin drin, bin drin, bin drin. Okay, okay. Gibst du mir Rückendeckung? Ich renne jetzt rüber? Ja, jo. Ach shit, bei dir ist nichts mehr. Nee, na gut, dann move ich. Dann muss ich hier so. Nee, move spät. Ja. Dann nehme ich hier den Stein hier vorn. Oh, ich bin sogar... Au, shit, ja. Am roten Haus. Ja, ich schieße mal die Deckung. Ja, ich schieße mal die Deckung. Okay, okay. Dann lass es jetzt sein. Der ist vor, Arm, vorm Haus. Läuft links. Richtig. Links läuft einer. Links läuft einer. Ab ihn, Marco down. Nein. Get wrecked, Marco. Nein. Get wrecked. Easy snack. Das war doch mein Kill, Vengard. Easy Blumenkohl. Wo ist deine letzte? Dann im roten Haus wahrscheinlich. Ja. Dann habe ich keine Ahnung. Oder außerhalb der Zone. Nee, geht gar nicht. Boah, ich gönne mir gleich erstmal richtig Blumenkohl, ey. Kilo. Ja, da ist er. Oh, ich bin nockt, ich bin nockt. Nein, ich war Cocky. Der ist am kleinen braunen Haus. Ich war Cocky. Ja. Oh, wie ist das schön. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht, Mann. Drei Mal erst mal immer bei uns auf dem Kanal. Also folgen. Ich grüße Quantum nochmal. Quantum. Komm mit. Das geht easy. Okay, let's go. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo wollten wir hin überhaupt? Was ist der Plan? Ein bisschen weiter in die Mitte. Aber waren hier hinten nicht Gegner? Ja, kann sein, aber die Zone ist One-Hit, ne? Und die kommt sofort. Ist das One-Hit? Ja, die Zone ist One-Hit und kommt sofort. Aber die ist vielleicht langsamer. Ja, aber trotzdem willst du jetzt nicht am Rand hocken. Unglaub mir, ich habe noch mehr im Deluxe-Erfahrung. Ich will nicht sterben. Ich bin auch sicher. Ich will auch nicht sterben. Ich bin 23. 23 ist alt genug zu sterben. Nein. Wenn manche Länder vielleicht... Wenn wir hier aus der Halle schießen, haben wir voll das Problem. Ja, lass hier hinten so rum. Ja, die schießen auch auf mich. Ja, hier. Lass hier hinten rum. Verstehe nicht? Die Zone kommt. Ah, ich wohne noch einmal gehitted. Scheiße. Das Problem ist, ich habe keinen Boost. Das heißt, ich bin auch One-Hit zum Kopf. Nein. Die schießen auf mich. Ja, auf mich auch. Ich sehe die gar nicht. Ich kann gar nicht zurückschießen. Oh Gott. Holst du mich ab irgendwie? Hat keiner ein Auto? Oh nein, hier fährt einer mit Motorrad. Ich habe das gemacht. Scheiße. Oh, die treffen mich natürlich. Nein, noch mal. Oh, ich habe zwei Hits überstanden. Oh nein, ich bin gleich tot. Nein. Mann. Warum laufen die denn auch nicht? Die sterben doch jetzt. Oh nein, stimmt. Ich auch. Ja gut, wenigstens haben die jetzt einen Punkt und wir nicht. Aber trotzdem. Ah ne, gibt ja gar keine Punkte mehr. Gibt keine Punkte. Ja toll, jetzt sterben die doch einfach, Mann. Oh je. Oh, 10 Sekunden. Aber die Zone geht vielleicht nicht so schnell. Die Zone ist schon. Ja, die ist schon. Die müssen auf jeden Fall rennen. Ja Kitty, da wo du langläufst, da sind welche. Ja, ich habe, was soll ich machen? Ich muss ja rein. Oh, die ist doch schon. Die Zone läuft genau schnell. Jetzt sterben die. Haben die gut gemacht. Toll. Das sind die Leute, die nie bei mir Mayhem Deluxe gezockt haben. Die wissen das nicht. Aber kann man laufen, ne? Ihr seid schneller, oder? Ich mache jetzt den Franzosen. Nur die Berge, die Hügel sind halt das Blöde. Bei dem, äh... Bei der Map, ne? Jetzt sind wir voll aufgesplittet. Oh nein! Swoon, du bist tot. Nein! Du musst außen rumlaufen. Nein, ich bin nicht tot. Nein? Nein. Ich schaffe es noch. Du schaffst das, Kitty. Du bist die einzige Hoffnung von uns noch. Nein, ich schaffe das auch noch. Ey, jetzt gib mich. Ich guck mal, wie langsam die Zone ist. Ah ja, gut, stimmt. Okay. Wow! Ich gib dir mich gleich auf hier. Ich gib mich aber auf. Nein, du machst das, Kitty. Die können nicht mehr so lange schießen. Ich wollte gerade sagen, ne? Die müssen ja irgendwann auch mal laufen. Ja, die schießen nur noch andere. Oh Gott. Boah, dir läuft einer. Ja, ich weiß. Aber ich muss erst mal laufen. Gib ihm gleich einen schönen Header. Oh, da hinten liegt einer. Ja. Ich glaube, da sind zwei. Wenn du nicht schießt, dann verfolgt die lieber nicht. Äh. Oh, da sind drei Leute vor mir. Oh mein Gott. Nice. Ey, wenn der guckt. Das ist noch einer, Kitty. Das ist noch einer. Oh, der rafft mich gar nicht. Der läuft lieber. Ach, vielleicht war das gar nicht sein Mate. Oh, lol. Cool den. Nein. Ja, na? Wieso nicht? Oh, nice. Also. Die raffen nicht mal, von wo ich hier baller. Oh, da kommt noch einer rein. Hä? Wo ist der hin? Der läuft da vorne am Motorrad. Ja. Da oben auch. Oh Gott. Versteck dich einfach. Kitty, leg dich einfach irgendwo rein. Nein. Oh, nein. Schade. Wer war der? Der hat sich versteckt. Ja. Der hat mich getrollt, Alter. Spoon. Die Wahrung. Ich habe keine Ahnung, Mann. Hier sind drei Leute über mir. Oh. Leg dich da hin. Leg dich da hin. Aber ich weiß nicht, wie die Sekunde jetzt kommt. Gleich kommt auf jeden Fall wieder die Langsame. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Langsame ist. Nee, zehn Sekunden. Aber vielleicht movt sie langsam. Ja, die movt jetzt eh langsam. Die Zone ist klein. Da hinten sind welche. Ey, du kannst sogar in die Zone rein von deinem Hügel da oben. Ja, hier sind drei Leute. Die sind drei Leute oben. Ey, die macht watch one. Ja, oh. Blut, dass ich mit der nicht richtig zielen kann. Und wenn du schießt, wissen die Links von dir, aber das ist ein Abel. Ich weiß, ja. Mit einem Scope wäre die mega geil, die Waffe. Ja, OP, aber mit dem Scope. Mega OP. Hier ist noch eine Early-Game-Waffe. Richtig viel. Ich hier drin? Ja, ganz knapp. Wenn das jetzt die Zone ist, die lange dauert, dann kannst du alles abwarten, Mann. Ich habe auch keine Heilung mehr. Ich habe nur noch Bandagen. Boah, da bist du da denn auch. Hätte ich mich heilen können, wäre das echt zick gewesen. Ich habe ein bisschen zu viel Schiss vor der Zone, glaube ich. Ich hätte mir eigentlich Zeit lassen können, ein bisschen. Aber ich habe das anscheinend schon öfters gespielt. Und Schiss? Ja, die ist mit der stillen Zone. Habe ich mal mitbekommen. Also ich, der Spoon jetzt auch nicht. Nee, nee, aber ich habe das mal irgendwie mit... Irgendwer meinte von... Ja, Vengab macht das auch mal mit den Sauen so. Ja, ja. Das war jetzt halt das Blöde. Die anderen haben so lange gekämmt, dass wir dadurch natürlich eine Scheiß-Scheiß-Dinge haben. Aber die Zone war auch leider blöd. Und die sind dafür gestorben, also. Aber Heidi lebt noch. Genau in der Mitte. Heidi lebt noch. Oh. Ich muss mit Heidi ein Duell haben. Lebt noch zehn. Oh mein Gott. Wir haben schon, du schaffst das. Boah, immerhin gehen wenigstens Quads sofort down. Dann hat man wenigstens noch ein bisschen eine Chance. Ja, stimmt. Vielleicht schaffe ich es ja noch. Hast du auf deinem Weg dann eigentlich auch schon ein wenig gekillt? Nö. Also, ich habe ein paar Fights gehabt, aber... Haben wir doch alle null Kills? Ich habe nur null Killwin. Ach, schade. Ja, stimmt. Oh nein, Heidi ist down. Was hast du erwartet, hallo? So weit gekommen ist, wundert mich. Oh, die Zone kommt gleich, ne? Geht direkt weiter, oder nicht? Geht die schnell oder langsam? Ich weiß nicht, eine Zone ist langsamer, glaube ich. Ja, ja, die. Oh, die kommt. 20, 20. Das ist Zeit. Oh nein. Oh nein. Das ist einer am Haus, übrigens am Balkon. Ja, okay. Der kann nur rüberspringen. Oh Gott. Ja, wollte ich ja. Es wurden bis heute schon mal in einem Loch gestorben, ja? Echt? Hör auf. Ja, in der ersten Runde ist ein Loch und da kam der, wie man raus ist, gestorben. Bin gebackt. Ey, das war so safe, ne? Da unten. Komm, warte mal. Hier bekommen noch welche. Ja, hier sind welche. Ich steppe ganz viele Leute. Für mich war das der untere. Der wird beschossen, geh nicht runter. Geh nicht hin. Der ist gestorben durch Fall. Ja. Da sterb ich ja auch durch Fall. Der wurde total beschossen. Der sterb schon. Aber wie er den T3-Helm hatte man. Ja. Ich weiß nicht, ob ich drin bin. Warte mal. Ja, ich bin hier drin. Oh, bleib da liegen. Bleib einfach da liegen. Wenn du Glück hast, kommt die Zone zu dir und dann kommen die nicht mehr hoch. Ey, das macht so trocken, ne? Ich liebe solche Straßrunden. Das wird schon gut. Shit. Shit. Zwei Minuten aber. Ja, jetzt. Jetzt chill. Chill. Chill, chill, chill. Hier sind welche genau unter mir? Ey, wenn der von Fall gestorben ist, wie soll ich das überleben? Ich kann nicht hoch. Ja, guck mal, ob du vielleicht da auch einen snacken kannst. Vielleicht gar nicht so schlecht, Mann. Soll ich? Was hast du am Ende, wenn du drei, vier gegen ihn? Marco liebt. Marco. Oh nein, zu spät. Links von dir ist auch einer. Der kann dich abahmen. Pass auf. Schön. Die wissen gar nicht von wo. Links, links, links. Wir die nicht wissen, wo es ist. Ja, aber ich treffe die anderen. Oh. Yes. Ja, einen hast du. Nur noch zwei. Die Beine da unten. Oh nein, kannst du da runterspringen, ohne zu sterben? Was tut dir denn allein? Boon, du kannst da nicht runter. Nein. Oh nein, du bist du links, 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 links. Wo der andere runtergegangen ist. Das ist deine einzige Chance. Ja, aber warte, der ist unter mir, der Typ. Ist der unter dir? Ja. Ich habe seine Steps gehört. Wo weißt du das? Weil ich seine Steps gehört habe. Da ist er. Spring runter und kill den, indem du runterspringst. Boah, das wäre episch, Mann. Gib ihm einen Headshot, gib ihm einen Headshot. Einen Headshot. Hab ihn. Ja. Drei Runden hintereinander gewonnen, Smooth. Oh mein Gott. Drei Runden hintereinander gewonnen. Nice. Nice, nice. Das könnte man sagen, egal, aber ich meine, der Span... Geil. Untertitelung. BR 2018